Kleidung aus Rippstoff ist der Figurschmeichler schlechthin. Die länglichen Rippen strecken optisch und der elastische Stoff verzeiht auch ein paar Überbleibsel der Weihnachtsvöllerei. Daher eignet sich der Stoff v.a. bei Sportkleidung. Hier gilt, mehr ist mehr. Matching-Sets aus Oberteil und Hose kann man mit einem Ripp-Accessoire noch den letzten Schliff verleihen. Die Teile gibt es in allen Farben und Formen bei Stradivarius Monkey und Topshop ab 5 Euro. In Zeiten von Homeoffice und Lockdown soll Kleidung v.a. bequem und praktisch sein. Latzröcke kombinieren diese Eigenschaften mit Style. Die klassische Variante mit Pulli und Sneakern eignet sich perfekt als urbaner Alltagslook. Mit einem Gürtel kann man die Taille betonen und dem Outfit noch mehr Figur verleihen. Im Büro kann man die etwas schickere Version in schwarz mit einer Bluse kombinieren. Und wer ein Fashion-Statement setzen möchte, greift zur modernen Leder-Variante mit derben Boots. Die Röcke mit Hosenträgern gibt es ab 20 Euro von Adidas, Pull&Bear und Spurschka. Bermudas im Winter klingt verrückt, ist aber v.a. bei Bloggern gerade total beliebt. Mit langem Mantel und Strumpfhose werden die Kurzentrendhosen wintertauglich. Und auch die Stoffe der Hosen werden der Jahreszeit angepasst. So gibt es bequeme Strickvarianten neben außergewöhnlichen Steppversionen. Wer es etwas glamouröser will, kombiniert schwarze Lederbermudas mit Highheels. Man findet sie ab 20 Euro bei Mango, Zalando und Pimki. Ärmel für alle. Mit Shrugs soll man jeden Look auch in der kalten Jahreszeit tragen können, da sie als Ärmelersatz dienen. Als Hoodie-Bolero ergänzen sie angesagte Street-Styles. Mit der Rollkragen-Variante kann man seine Lieblings-Shirts aufwerten und für Fashionistas gibt es die Ärmel mit Ketten-Detail. Und Simone, wie gefällt es? Ich finde, mit der Kapuze vor allem sehen die schon ganz stylisch aus, sind auch echt gemütlich, aber so sonderlich praktisch finde ich die jetzt nicht. Wer möchte, kann auch einfach einen alten Pulli zum Shrug umfunktionieren. Wer nicht gern bastelt, bei Asos, Zara und Dollskill gibt es die kurzen Oberteile ab 20 Euro. An die Kette. Kabellose Kopfhörer sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Doch die kleinen Stecker können schnell verloren gehen. Damit das nicht passiert, gibt es jetzt AirPod-Ketten. Das hat sich die schwedische Marke Tapper ausgedacht. Die Ketten aus Nylon, Leder oder Metall gibt es ab 30 Euro.